Moin Moin Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute mal wieder eine Messervorstellung und dieses Messer, das sei gleich vorweg gesagt, ist nicht mein Eigentum. Es wurde mir nur geliehen von einem netten Knife Buddy und dafür bin ich natürlich sehr dankbar. Nochmal lieben Gruß und vielen Dank. Du weißt ja, dass du gemeint bist. Es geht heute und wenn ihr den Schriftzug hier seht und ihr habt es ja auch im Titel schon gelesen, dann wisst ihr natürlich, worum es geht, um das CJRB Pyrite. Ein Messer, das zumindest nach meinem Empfinden, aber ich denke, das werden die meisten von euch teilen, ziemlich eingeschlagen ist wie eine Bombe. Und CJRB, ja die Budget-Linie von Artisan Cutlery und die haben dann hier mit dem Pyrite wirklich was geliefert. Ich habe das hier nochmal wieder so eingepackt, aber natürlich, ich habe es in den letzten Wochen, oder wie lange habe ich es jetzt? Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, aber ich habe es viel in der Hosentasche gehabt und habe das jetzt nur nochmal hier wieder sozusagen in Werkseinstellung zurückgesetzt. Kommt in so einer schönen Nylon-Pouch, das ist ja auch immer ganz nett. Und dann haben wir hier aber einfach das Messer. Ein wirklich cooles Budget-Messer, das richtig was liefert. Es gibt das mittlerweile in verschiedensten Ausführungen und damit variiert natürlich auch immer so ein kleines bisschen der Preis. Hier jetzt die Version mit einer Wharncliffe-Klinge, Stonewash-Silberne Klinge und einem Edelstahlgriff. Es geht auch G10, es gibt Titan, also da gibt es mittlerweile eine ganze Varianz. Und somit ist dann natürlich da für jeden Geschmack irgendwie auch was dabei, auch mit verschiedenen Klingen-Ausführungen und so weiter. Mir gefällt diese Version in quasi ganz Stahl sehr, sehr gut, rein optisch. Wobei ich sagen muss, dass es mir in der Handhabung teilweise fast ein bisschen glatt vorkommt. Ja, ist natürlich, liegt in der Natur der Sache. Man hat hier nicht dieselbe Griffigkeit wie zum Beispiel bei angerauten G10-Griffschalen oder so. Und es funktioniert auch richtig gut. Also es gab da jetzt keine gefährliche Situation, wo es mir mal irgendwie aus der Hand gefallen wäre oder so. Aber ja, teilweise denke ich dann schon beim Öffnen, na, ich muss da nochmal irgendwie nachgreifen. Aber trotzdem, alles in allem, eine tolle Handlage und eine tolle Haptik insgesamt. Und ja, rein optisch und so von der Wertigkeit her mag ich diese Ganzstahl-Version wirklich gerne. Da, ja, das ist einfach auch ein Handschmeichler, ne? Wir haben dann hier auch auf dem Edelstahl-Griff natürlich so einen Stonewashed-Finish insgesamt sehr schön. Als Klingenstahl verbaut ist hier der AR RPM 9, also vergleichbar mit dem D2-Stahl, aber korrosionsbeständiger. Also auch hier ein sehr moderner Stahl, der auf 59 bis 61 HRC gehärtet ist. Und dann ja hier in dieser, wie ich finde, schönen Warncliffe-Ausführung mit Klingendurchbruch, der dann auch das Öffnen und damit den Spielspaß garantiert. Also da kann man auch wieder nicht aufhören, das Ganze zu flippen. Ein Kicker-Tab oder ähnliches fällt weg, dadurch aber auch eine sehr cleane und angenehme Linie. Auch das mag ich gerne. Wir haben hier vorne dann, ja, so ein Zwischending aus Sharpening-Choil und Finger-Choil irgendwie leicht für den Vorgriff vielleicht geeignet. Ich finde nicht so gut, eher so ein Design-Ding. Natürlich, man kann hier mal in den Vorgriff gehen, aber ja, ein richtiger Finger-Choil, ein ausgewachsener Finger-Choil ist das nun natürlich nicht. Die Spitze insgesamt dann aber schön ausgeprägt für feine Arbeiten auch wieder gut zu gebrauchen und insgesamt dieser fast komplett hochgezogene Flachschliff ist auch so schön und fein ausgeschliffen, dass man damit ein richtig gutes Schneidwerkzeug einfach hat. Insgesamt auch jetzt, wenn ich es dann wieder so sehe, einfach wunderschön, diese schlichte Eleganz, das gefällt mir einfach richtig gut. Da ist nicht viel Spielerei, da ist nicht, ja, das ist einfach schlicht und gut. Hier dann nochmal ein bisschen aufgebrochen durch den Deep Carry Pocket Clip, der nun nicht versenkt ist, dafür aber umsetzbar. Die Schraubenköpfe dann hier versenkt, also das Einfädeln in die Hosentasche hat hier überhaupt keine Probleme gemacht. Der arbeitet gut und ja, ist jetzt natürlich sehr schlicht und unaufgeregt, fügt sich damit für mich aber auch wieder gut in das Messer so ein. Da habe ich wenig zu beanstanden. Eigentlich gar nichts. Dann haben wir hier noch ein kleines Loch, wo ein Lanyard bzw. eine Ziehhilfe angebracht werden könnte. Und dann natürlich den charakteristischen oder den, ja, charakteristisch ist das falsche Wort, aber dann den Button Lock als Arretierung, der das Messer ja auch zusätzlich so beliebt macht. Button Locks in den letzten Monaten bis Jahren natürlich total im Run. Finde ich hier auch sehr gut gemacht. Er läuft sehr gut. Es gibt sicherlich noch etwas, etwas bessere Button Locks, aber insgesamt ist der hier schon auf einem sehr guten Level. Man hat hier, ja, Sticky möchte ich das jetzt nicht nennen, aber so eine kleine, naja, so ein Druckpunkt ist da ja ganz normal. Ich habe hier auch das Sandcard Sexy, das ja ebenfalls ein Button Lock ist. Da habe ich, das läuft insgesamt ein bisschen leichter. Da finde ich aber den Button Lock ein bisschen hakeliger. Also hier auch sehr gut gemacht. Klingendurchbruch als Öffnungshilfe finde ich einfach schön. Mag ich mittlerweile doch lieber als Daumenpins in den meisten Fällen, weil ich es dann beim, ja, auch beim Nachschärfen oder sowas kommt man sich damit seltener ins Gehege. Aber, ja, ist eine Geschmackssache und letztendlich ist ja sowieso, wenn man mehr als ein Messer hat, dann kann man da ja auch so ein bisschen Varianz drin haben. Wir haben dann hier eine Gesamtlänge von 18,6 Zentimetern. Auf die Klinge entfallen circa 8 Zentimeter, also da noch sehr gute Abmessung und das Ganze mit 90 Gramm auch noch gut in der Hosentasche zu tragen. Das variiert dann natürlich je nach Ausführung auch wieder. Aber hier in der wahrscheinlich schon relativ schweren Ganzstahlvariante, die hier dann zwar ausgefräst ist, aber dennoch dann ja eher schwerer ist, mit 90 Gramm trotzdem noch gut zu transportieren. Also, man kriegt hier richtig was geboten für sein Geld, eine Menge Spielspaß, eine tolle Haptik, einfach ein hochwertig verarbeitetes Messer, das kriegt CJRB da wieder gut hin. Man kriegt es jetzt so um die 60 Euro, auch das variiert natürlich dann, aber damit wirklich, wirklich eine Budget-Empfehlung. Da bin ich nun auch bei weitem nicht der Erste, der das hier irgendwie empfiehlt, aber ich habe es nun in der Hand und kann absolut verstehen, dass das so eingeschlagen ist und dass so viele so begeistert von diesem Messer sind. Das macht für diesen Preisrahmen schon wirklich richtig viel Spaß und ja, ich finde, es hat was Spezielles. Es ist nicht so 0815, aber dennoch schlicht und unaufgeregt genug, für meinen Geschmack zumindest. Das war es damit im Prinzip auch schon nur eine kleine, schnelle Vorstellung für dieses schöne Messer. Habt ihr auch zugeschlagen? Habt ihr dieses Messer im Gebrauch? Wie gefällt es euch? Oder habt ihr vielleicht ein CJRB in leicht anderer Ausführung? Dann lasst mich das gerne unten in den Kommentaren wissen. Und dann möchte ich dieses Video aber auch gar nicht unnötig in die Länge ziehen. Wenn es euch gefallen und ein bisschen unterhalten hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder abonniert den Kanal sogar. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüssing!